Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge BattleBlock Theater mit eurem Basmati-Team bestehen aus mir, dem Nikolas und dem Christopher. Hallo. Hallo. Ja, wo waren wir denn jetzt mal? Hier. Zwei, vier. Würde ich sagen. Legen wir direkt mal los. BAM. Wie so eine Toilettenspülung wird mir da reingezogen. Hm. Ah, ich muss gerade noch was am Zaun. Oh. Fuck. Oh Mann. Was mir genau gerade die Dinger da weggeholt. Ja, zu langsam, ne? Oh, Eis. Uh. Ah! Oh. Oh, wie knapp. Äh. Hä? Okay. Wow. Hey. Hallo. Ey, guck mal, was ist das denn? Komm her. Du willst auf die Fresse. Gib ihm. Ja. Ah. Das will nix. Das will nur spielen. Ah, anscheinend. Komiges Vieh. Nein. Ja, genau. Geh mal hoch da. Komm mal nochmal hin. Ja, warte. Ne, stell dich auf den Kopf und ich bring hoch. Hast du das? Ich kann dir hochhelfen wahrscheinlich noch. Komm mal. Stell dich hier noch gerade hoch. Müssen wir sogar. Sauber. So. Hä? Oh. What the fuck ist das denn? Minispiel, alter. Egal, der singt, der Typ. Oh, wir müssen die ganzen Gems hier bekommen. What the fuck, man? Nein, ich bin in den Ausgang gekommen. Fuck. Aus Versehen. Schnell, du bist nach links, nach links. Ich weiß. Ah. Ja. 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 Oh, alter. Geil. Richtig gut. Dicke Nummer, ey. Sau gut. Nice. Ne, das war dieses Mini-Game da. Alter, krass. Sauber. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch schafft wird. Oh, doch. Hä? Alles abgeschlossen. Weil wir das Bonus-Game geschafft haben, machen wir alles. Wahrscheinlich. Okay, nächstes. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ne, aber das war richtig nice. Ultra nice. Was ist denn hier links? Oh, guck mal hier. Die Mucke wird immer geiler. Ich komm hier. Oh. Was macht das denn? Die verstellen sich. Wer ist das? Von alleine. Guck mal hier, wie du abgehen kannst. Guck mal hier. Was ist das denn hier? Achso. Ey, du hättest mich doch mitholen. Wow. Hab ich. Ah, du hast mich runtergeschmissen. Gar nicht. Oh, der hat mir die Beine weggesprengt, der Spaß. Alter. Wow. Oh. 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 Gar nicht gesehen. Ich wurde aufgeschmissen. Oh, fuck. Hey. Ah, ne. Da muss ich unten bleiben, okay. Nein. Nein. Ah. Boah. Sau knapp, ey. Es ist geschafft. Abs. Spring mal darüber. Und dann wieder auf diesen roten. Ja, genau. Und zack. Ja, toll. Jetzt bin ich aufgespießt. Oh. Hä? 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 Wow. Alter. Alter. Ich hab irgendwie hier... Ah, hier geht's weiter. Hä? Wozu war denn das Ding da? Ich hab nur das Volk neu geholt. Ah, okay. Fick dich. Ja, Mann. Ey, der war doch im Schauen im Wasser. Was soll die Scheiße? What? Bös. Ja, jetzt aber. Oh. Alter, was war das denn? Da war noch so ne Mine von uns. Noch ne Mine von mir. Okay, die darf man nicht berühren. Krass. Ich hab gedacht, die muss man einsammeln. Hä? Was? Wir haben irgendwie einen Bonus gekriegt. Oh. Oh. Nein. Nein. Ja, Mann. Hab ich den. Nein. Wir haben alles. Denk ich auch. Scene clear. Ja. Nice. Ähm. Oh. Oh. Ey, du bist mit Minio in die Luft gejagt. Absicht. Absicht. Ah. Nein. Fehler. Wir müssen die Dinger hier rüber ziehen. Okay. Oh nein. Ich drück die ganze durch die falsche Taste. So, gell. Oh. Äh. Zieh das nochmal ran. Das untere. Genau. Damit wir da drüber gehen können. Warte. Nein. Ich wollte kurz dran vorbei. Ja, genau. Bin ich hinter diesem Scheiß da gespawnt oder was? Du musst auf die andere Seite ganz kurz. Ja. Und jetzt. Okay. Kannst du die beide rüber ziehen? Ich schieße einfach drüber. Nein. Boah. Das war knapp. Ja. Jetzt zieh durch. Moment. Jetzt haben wir aber dann nur einen. Wir müssen noch. Ja. Ah. Oh lol. Man kann mit dem springen. Ja, man. Das wusste ich ja gar nicht. Okay. Das da wird jetzt. Äh. Boah. Das ist voll der Krill, alter. Nein. So. Komm hoch. Geht schon. Oh nein. Gib dir böse beiden. Komm schon. Ah. Bamm. Junge. Nein. Oh, ich bin hier ganz unten gespawnt. Dann lass dich töten oder so irgendwie. Nee. Weil ich hab hier so'n... Ja, okay. Geil, wir kriegen jetzt... Ah, nein. Nein, nein, nein. Der ist irgendwo. Den müssen wir jetzt holen. Und... Hat der gerade gesagt? Golden Head is disappeared. Wow. Pass auf. Ähm. Ich weiß gar gar nicht, wo ich hier bin. So schon mal nicht. Okay, noch nicht raus. Ich brauche diesen Golden Head. Ey wir sind ja noch nicht draußen Och fuck Ok Ja deswegen, ich weiß nicht wie ich da weiterkommen sollte Ich hoffe man nicht Ich muss irgendwie Ne, ach ne, Moment Ne, Moment Hä? Werf mich mal Ah genau, stimmt, ganz vergessen Ihr müsst hinter mich Ich kann einen hier werfen Komm mal näher Hä? Jetzt Ja, nice Warte Boah, wir müssen noch beeilen, Alter Fuck, ja Ah Nein, sorry Und weg Boah, war das knapp Okay Da kann man so ein Ding reinknallen Was ist hier? Wow Okay, ich hab das Wollknall geholt Okay, ich hab so einen Stein geholt Hier ist der Golden Head Ja Den muss ich mitnehmen zum Ausgang jetzt Wo ist denn der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ich weiß, da oben Ja Mann Diese wuscheligen Wuscheldinge hier Fuck Das ist echt Das ist auch schwer noch Ah, da ist der Ausgang, ja Nein Ich weiß nicht, ob du CS drin musst Ah Ich muss auf jeden Fall mit rein, denke ich mal Ey Warum bin ich denn jetzt da runtergefallen? Oh Mann Gib mir den einfach, ich spring rein So Boah Ja Da, dum, 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 dum Vielleicht war da oben auch was Verdammt Wir hätten auch da hochgehen sollen Dann konnte er noch eins höher Stimmt Jetzt auch gerade gerangen Schönen Tag Ja Ja, dieses Teil in der Mitte So Jetzt dürfen wir ein Treppchen hoch Und machen wir hier weiter, oder? Ja Toilettenspülung So Oh, diese Wookie-Teile da Die sehen irgendwie voll 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 Flauschig und lieb aus Aber irgendwie auch nett Oh, das war eine doofe Idee Alter, was lass das für eine Scheiße Wow Geh mal da rüber Krissi Komm nochmal runter So Jetzt kannst du da oben rein Ah, ne, ich muss Ne Okay, warte Jetzt musst du wieder unten drauf So Ah Oh, nein Oh, fuck Oh, Alter Oh, Alter Ja Ja Nice Oh, nein Oh, der schmeißt Blöcke, Alter Oh, das ist dieser, ja Nein, Wasser Aber ich hab den Stein noch gekriegt Oh, shit Ah Oh, nein Ich bin reingelaufen Wir müssen ja das Teleporter Ja, ich bin Ah Alter Alter Geh doch höher Oh, shit Oh, mein Gott Wolken aus hier Ja Ja Komm mal hinter mich Ja, nice Wow Oh, ich bin ein Eisblock Ja, hab Alter, ist das hier heftig Oh, scheiße Au Einfach nur ins Ziel kommen Ah, ich bin schon nochmal ein Eisblock Nein Das ist sauhart, wenn du ein Eisblock gehst, Alter Komm schon, packst du Ja Sauber Geh, das Zur nächsten Tür Hä Diesmal hatten wir gar keine Auswahlmöglichkeit gehabt Nein, nein, ging irgendwie direkt weiter einfach Hol den mal zurück Alter Weg mit dem Scheiß Pass auf Hä, ich komm aus der Wolke hier nicht mehr raus Hä 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 Habe ich nichts da geholt Scheinlich ein Gym Boah Krass Da ist ich da durchgekommen Oh Bös Aber Ah, nee Da muss man sich irgendwie teleporten Okay Ich muss hier, glaub ich, rüberschmeißen Komm mal Ja, warte Der Ventilator, der schmeißt mich mega Jetzt kann ich weiter Jetzt, jetzt, jetzt Okay, und jetzt Komme ich da rüber? Ah, Leute, ich komme jetzt sogar rüber Ich dachte schon, im Moment, das geht ja gar nicht anders Oder warte, wir hätten lieber nach rechts laufen sollen Jetzt kannst du Ja, das ist erstmal hier lang gehen Dann gehen wir eben nochmal zurück Achtung, Hochspannung Ey, ey, jetzt gehen wir nach Oder? Ach, scheiß, wir gehen erstmal hier runter und gucken uns das hier an Woau Boah, wie gut ist Äh, irgendwie hab ich das Gefühl, hier unten wartet irgendwas auf uns Ah ja, war's dann Ah, nein Oh mein Gott Ähm, ich versuch nochmal nach oben zu gehen Oder komm mit Weil, da oben war auf jeden Fall auch noch was Ja Was ist denn hier noch? Ich hab hier jetzt ein Gym geholt Oh, shit Ah, oh je, man muss da oben dran Achtung mal Ja Jetzt muss dieser Dings hier rüber kommen Der eine Block da Kommt irgendwann hier rüber Vorsicht Boah Das ist echt scheiße, wenn wir bei dir oben sind, weil wir uns gegenseitig runterspringen Aber die geben einem Schutz, die Teile auch Nein Wohin will Ah, da oben Ah, du musst mir oben an diese Ja, genau Oh, shit Alter Nein, ich war fast dran Nein Werf mich hoch Oh Alter Ich war doch dran Ich war dran, Alter Werf mich Ja, das war's Das war's Ja, jetzt ist es auch Oh, shit Hey, ist wieder weg Och, was ist wieder weg Ich kann das Chip auch so holen, Alter Hey, nein Äh, hä Schnell, schnell, schnell Ja, ja, ja Achter So Oh, hier ist Exit Dann lassen wir noch rechts fahren Nicht rein Uh, knapp Alter, war das knapp Alter Okay, du hast das wohl knapp Ähm Ich hab das sogar noch überlebt, Alter Zum Glück bist du beim Boot Komm mal hierhin Jetzt müssen wir nochmal da hoch Ja, tot Alter, das wird heftig Das ist fast nicht möglich, Alter Ich spring immer an Aber irgendwann gehen die halt unter einem weg Oh, shit Fuck, wir hätten doch erst rechts gehen müssen Ja Ja Ja, das hier ist echt unmöglich Ja, ist bestimmt möglich Aber zu zweit auf keinen Fall Um uns die ganzen Blöcke weg Ja, dann lassen wir uns Exit gehen Wir haben eigentlich ziemlich viel Oh Scheiß, Trotz Spons Ah, nee Zack Ja, halb so schlimm Ich glaub, wir sind heute auch schon wieder am Ende von der Folge, oder? Mhm Sind wir hiermit auch? Oh, einen haben wir nicht bekommen Ja, schade Aber war trotzdem eine gute Runde Hat spektakulär angefangen Und da würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Irgendwie habe ich deine Donutsprossen im Gesicht Gerade bei mir Mhm Ja, sehen wir uns bei der nächsten Folge Battleblog Theater Battleblog Theater Genau Ja, bis dann Ich bin Ja, справs